Ich bin die Petra, ich bin Patrick und ich bin Thomas und wir hatten im letzten Jahr, in diesem Jahr, im Januar haben wir uns entschlossen mal in Eberswalde ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen Müll zu sammeln und haben uns zu einer Gruppe zusammengefunden, treffen uns in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen nach Absprache und wir freuen uns natürlich immer über neue Mitbewerber. Ganz genau und wenn ihr auch Interesse habt, dann sucht uns einfach, wir heißen Cleanup Eberswalde, wir haben einen Instagram-Account, Facebook-Account und wir würden uns riesig auf euch freuen. Und sind auch bei nebenan.de vertreten. Ganz genau. Mein Name ist Bogdan Kolisnik und mein Freundes Name ist Nirajan Dunkel und wir sind aktuell in das Forestry System Transformation Studieprogramm im 3. Semester. Und jetzt sprechen wir über dieses Event. Wir oft walken in die Forest und wir sehen viel Träß in die Forest und wir wollten etwas tun, was wir uns selbst tun. Und wir kamen mit diesem Event Collecten die Träß und wir named es Cleanup Our Lungs. Ja, als alle, wir wollen in einem besseren Welt leben. Das ist deshalb, wir wollen unsere eigenen contributions to the transition towards greener and more sustainable future and we also believe that great things have a small beginning. Thank you. Thank you.